Juhu! Eigentlich ist es ziemlich kalt, aber den Winterschwimmern ist das mal wieder gerade recht. Da kickt der da, kommt, dann ist man richtig frisch und wach. Gute Durchblutung der Haut, das spürt man den ganzen Tag. Ganz tolles Gefühl, man sagt, okay, ja, ich hab's gemacht und ja, ist schön. Tatsächlich zaubert das 6 Grad kalte Isarwasser allen ein Lächeln ins Gesicht. Sorgen um die Gesundheit seien völlig unbegründet, sagen die Winterschwimmer. Ganz im Gegenteil, das Immunsystem werde durch die Kälte gestärkt. Doch auch die Hartgesottenen haben ihre Tricks. Heißes Wasser auf die Zehen, eine Suppe für den Magen. Wärme ist nach dem kalten Bad dann doch auch sehr willkommen. Ja, ich hab's gemacht. Vielen Dank.